Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Dem Mann sei im Flüchtlingslager Deiche in der Nähe der Stadt Bethlehem in die Brust geschossen worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag. Nach Angaben der israelischen Armee eröffneten ihre Soldaten während einer Festnahme das Feuer, nachdem verdächtige Steine, Brandbomben und Sprengsätze geworfen hätten. Ihr Einsatz habe sich gegen Mitglieder der Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, gerichtet. Die PFLP ist in Israel verboten und in den USA und der Europäischen Union als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Vereinigung palästinensischer Gefangener identifizierte das Opfer als den 22-jährigen Omar Manah und erklärte, 14 weitere Menschen seien bei den nächtlichen Razzien im Westjordanland festgenommen worden. Die israelische Armee erklärte, sie habe im nördlichen Westjordanland Yaya al-Sadi festgenommen, ein hochrangiges Mitglied der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad. Die Gewalt im Westjordanland hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Nach tödlichen Angriffen in Israel im März und April gab es zahlreiche Razzien der israelische Armee. Nach UN-Angaben wurden in diesem Jahr schon mindestens 146 Palästinenser und 26 Israelis getötet.